Mein Name ist Michael Bünthe. Ich bin 60 Jahre alt und deswegen musste ich mich ein bisschen mit dem Älterwerden beschäftigen. Aus diesem Grund habe ich mit anderen zusammen HelpAge Deutschland gegründet. Da kümmern wir uns nämlich um ältere Menschen weltweit. Das war in der Vergangenheit ein total blinder Fleck in der Entwicklungszusammenarbeit. Unter anderem unterstützen wir ältere Frauen, Großmütter in Afrika, die dort ihre AIDS-weisen Enkel pflegen und haben dabei gelernt, wie wichtig das gegenseitige Geben und Nehmen und die Unterstützung ist. Und in anderen Regionen tragen Ältere dazu bei, dass alte Werte, das Wissen über die Natur und über die Artenvielfalt erhalten bleibt. In Deutschland versuchen wir auch die Sensibilität zu diesem weltweiten Alter ein bisschen zu stärken und aus dem Grund sind beim letzten Berlin-Marathon 70 ältere und jüngere Läufer und Läuferinnen mitgelaufen und aus dem Grund habe ich auch heute die Laufschuhe mitgebracht. Und gerade Ältere können sich bei uns auch für die Rechte Älterer in aller Welt engagieren.